Warum haben eigentlich meine Facebook-Posts immer weniger Reichweite? Das ist eine neue User-Frage. Mein Name ist Michael Bernecker, Geschäftsführer vom Deutschen Institut für Marketing und ich habe jetzt mal eine Antwort für Sie. Ja, Facebook. Facebook, jeder von uns nutzt es irgendwie. 30 Millionen Deutsche, angeblich auch über fast eine Million Unternehmen nutzen mittlerweile Facebook. Ja, und das stellt genau für Facebook eine Herausforderung dar. Weil jeder Post, den wir jetzt dort erzeugen, wo wir selber etwas schreiben, ist nicht nur von uns dann in einem Stream zu sehen, sondern alle anderen schreiben auch etwas. Das heißt also, mit steigender Beliebtheit von Facebook wurde auch immer mehr Content erzeugt. Das heißt, wenn Sie jetzt mit Facebook Ihrem Handy unterwegs sind, haben vielleicht ein paar Seiten geliked, haben 300, 400 Freunde und jeder von denen postet einmal die Stunde was, dann rast der Stream nur noch an Ihnen vorbei und Sie können eigentlich gar nichts mehr lesen und sobald eine Nachricht irgendwie zwei Minuten alt ist, ist sie schon wieder weg. Das heißt also, Facebook musste hier eine Lösung finden, damit halt eben der Zufluss von Content und Informationen irgendwie besser gesteuert wird. So, und da hat Facebook ein paar Mechanismen entwickelt. Angeblich wären es eine Vielzahl von Faktoren. Wir kennen mittlerweile einige wichtige Faktoren, wo wir sagen, aufgrund dieses gesteigenden Volumens an Nachrichten werden halt eben diese Informationen jetzt gefiltert und dadurch kann es natürlich passieren, dass Ihre Post, Ihre Nachricht von Ihrer Fanseite halt eben oder Unternehmensseite nicht mehr überall angezeigt wird. Erster Punkt ist, dass Seiten von Unternehmen in Zukunft schwächer gewichtet werden als persönliche Nachrichten von Personen. Das heißt also, wenn Sie jetzt einen Kunden haben, der hat Ihre Seite geliked und er hat irgendwie 100 Freunde, werden die Botschaften seiner Freunde priorisiert ausgespielt. Also, Sie rutschen ein bisschen nach hinten. Der nächste Punkt ist, wie interessant ist denn eigentlich Ihre Unternehmensseite für Ihren Kunden? Also, hat er die Nummer einmal geliked oder ist er auch in Interaktion damit? Das heißt also, er liked mal einen Beitrag oder kommentiert etwas. Das heißt also, diese User-Interaktion sorgt dafür, dass diese Seite von Ihnen bei Ihrem Kunden etwas besser gewichtet wird. Das heißt, Sie werden plötzlich wieder relevanter. Also, er zeigt jetzt auch Ihre Nachrichten etwas häufiger. Der nächste Punkt, der jetzt interessant ist, ist, wie stark oder wie gut sind denn eigentlich Ihre Beiträge? Facebook sagt da, okay, wer nur irgendwie einen Link da rein schiebt und hofft dann, dass jemand da drauf fliegt und auf eine Webseite kommt, das ist uninteressanter Content. Möchte ich Facebook nicht? Ich möchte nämlich nicht, dass die Leute meinen Kanal verlassen. Also, nur einen Link schicken ist schwierig. Also, schreiben Sie noch was dazu. Und dann hat Facebook, okay, Texte ist super. Zweite Kategorie. Jetzt kommt ein Bild dazu. Da sagt Facebook, Bilder sind immer besser als Texte. Also, hat das nochmal eine höhere Kategorisierung. Oder Sie spielen sogar ein Video dort hinein. Wieder höhere Kategorie. Und das letzte ist Live-Content. Sie gehen live, dann informiert Facebook halt Ihre Follower. Das heißt also, dieser Zusammenhang ist jetzt interessant. Welche Art von Content haben Sie? Wie stark interagieren eigentlich Ihre Fans mit Ihnen? Und dann obendrauf noch, wie stark ist die Interaktion bei dem einzelnen Post? Das heißt, Sie beobachten das vielleicht manchmal. Es ist so eine Botschaft, Sie veröffentlichen einen Beitrag. Und dann gibt es direkt irgendwie ein Like oder ein Teilen. Und das ist ein Signal für Facebook, ah, das scheint ein interessanter Beitrag zu sein. Jetzt spiele ich den öfters mal aus. Ja, denn Facebook möchte ja auch, dass wir spannende Unterhaltung bekommen. Es ist übrigens ein Märchen, dass Ihre Posts nicht ausgespielt werden, weil Sie die selber geliked haben. Ja, da gibt es manchmal diese Botschaft, wo du ja, du hast den ja auch selber geliked und dann sperrt den Facebook für dich. Nein, es gibt keine Studie oder keinen Hinweis darauf, dass das so sein sollte. Ja, aber wenn wir jetzt erstmal durchgehen und sagen, Sie haben interessanten Content für den User. Das wird stark geliked, interagiert, es gibt Kommentare dazu, Sie kommentieren wieder die Kommentare. Dann ist das ein hoher Interaktivitätslevel, wo Facebook dann sagt, wunderbar, das spiele ich gerne weiter aus. Ja, und jetzt dürfen wir eins nicht vergessen, als letzter Punkt, Facebook ist ein börsennotiertes amerikanisches Unternehmen, was Geld verdienen möchte. Das heißt also, Sie können natürlich auch sagen, diesen Beitrag nehme ich und dann investiere ich, um meine tausend Fans zu finden, zehn Euro und dann kriegen wir ihn angezeigt. Und wenn wir ehrlich sind, das ist natürlich schon eine Motivation für Facebook. Das heißt, dass Sie die Reichweite nicht mehr umsonst bekommen, sondern dafür bezahlen müssen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Transparenz da reinbringen, warum sich das so stark verändert hat in den letzten zwei, drei Jahren und was Sie dagegen tun können. Mein Name ist Michael Bernecker, ich bin Geschäftsführer vom Deutschen Institut für Marketing und würde mich freuen, wenn Sie sich auch die weiteren Videos von uns anschauen. Und vielleicht haben Sie auch mal eine Frage, die Sie an uns richten möchten. Dann beantworten wir Ihnen die natürlich gerne über eins unserer Erklärvideos.